Der Untergrund muss staub, fett und eisfrei sein. Eine Vorbehandlung mit Primer ist nicht erforderlich. Flexproof X1 wird mittels einer speziellen Spritzpistole gespritzt. Wir empfehlen ein Armierungsgewebe. Dadurch können Sie sofort sehen, ob die aufgespritzte Schicht dick genug ist. Außerdem sorgt es für eine widerstandsfähige und dennoch elastische Außenabdichtung. Noch ein Tipp, im Bereich von Dehnungsfugen kann Flexproof X1 auch ohne Armierungsgewebe eingebaut werden. Der vollständig entleerte Schlauchbeutel wird einfach aus der Spritzpistole herausgeschossen. Bei ordnungsgemäßer Handhabung der Spritzpistole verringert sich der Reinigungsaufwand der Pistole auf ein absolutes Minimum.